Wir haben den Überblick und sehen genau hin. Kritisch, informativ, unabhängig. Wir berichten täglich über die Themen, die die Menschen in der Heimat bewegen. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik. Made in Bocholt ist das offene und kostenlose Portal für Ihre Stadt. Live, modern, digital. Mehr als 15.000 Abonnenten folgen uns in den sozialen Medien. 30.000 aktive Nutzer besuchen monatlich unsere Webseite. Mobil, immer, überall. Wir bieten eine offene Informations- und Kommunikationsplattform für alle. Initiativen, Vereine, Unternehmen. Immer um 7 Uhr morgens fassen wir in unserem Newsletter Der Tag in Bocholt die wichtigsten Informationen zusammen. Medienübergreifend, kompakt, zuverlässig. Ich bin Bertolt Blesenkämper, Lokaljournalist, Gründer und Betreiber von Made in Bocholt. Ich möchte Made in Bocholt zu einer umfassenden digitalen Bürgerzeitung weiterentwickeln. Machen Sie mit!